Es tut so weh! Es ist so ekelhaft, was ist das? Wieso sieht das so furchtbar aus? Scheiße! Tu euch was! Ja, was soll ich tun? Pressen! Zieh es raus! Pressen! Drück doller, drück doller! Ich zeig doch schon! Mach doch schneller jetzt! Ich mach doch schon! Schenk dich mal ein bisschen an! Wofür? Habe ich 5 Monate Geburtsunterricht bezahlt? Mann, scheiß drauf! Ich seh den Kopf! Ich seh den Kopf noch ein Stück! Noch ein Stück! Ist es da? Kann ich es sehen? Es ist so wunderschön geworden! Kann ich es sehen? Kann ich es sehen? Dafür haben wir die ganzen Monate gearbeitet! Ich will es sehen! Du willst es sehen? Klicke auf den obersten Link in der Videobeschreibung! Dann kann ich es dir zeigen! Okay! Unser Baby! Komm! Dann kann ich es sehen!